ist das wasser oder glitzernda schätze krieg da schon kann ich mich da schon ab sein also geld muss sicher auch mal ein ich kann mir nicht vorstellen dass der die ganze zeit ohne karten auskommt ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich bleibe erstmal hängen sicher ist sicher das war knapp das war knapp jetzt hätte ich beinahe den typen da oben übersehen wäre einfach an ihm vorbeigefahren so hallo ich bin eine leiche ich bin ziemlich tot und äh ne ach du mit den eintopfküchen die eintopfküchen sind schrott kapier das doch endlich was sind wir denn hier viel zu viele waren mir egal ob deine mutter die schwermut hat sie wird nicht bei uns wohnen die besfänger general deshalb da bist du ja da Verzeihung, Sir. Was hatte die Leiche dabei? Ähm, nichts. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du, ich will nicht viel. Nur Respekt. Was zu trinken. Gold! Und dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird. Wirf ihn in den Ofen und durchsuch ihn nach Geld. Und zu Bolzen verschwenden. Den Toten ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustehlen. So, so. Ein Diebesfänger-General. Der kann doch nicht dafür da sein, um uns... Glitzert was? Ich hab's doch gesehen. Ja, sieh mal einen an. Ein Sechs-Goldring. Nur so. Es gibt also extra einen General, der sich auf Diebe spezialisiert hat. Und dieser jener welcher, scheint mir doch verdammt grausam zu sein. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir null gar nicht. Noro nicht. Der Gutei hat uns... Er hat uns zumindest... eine Wache... vom Hals geschafft und trotzdem sind es noch zwei. Ähm... Dein Ernst? War das... War das bloß Theater und... Äh... Hä? Was war das denn jetzt? Hä? Was macht der denn da? Okay. Ja, was war so besonders an diesem Ring? Trotzdem. Ich hab doch nicht viele Leichen mit Ringen gesehen. Der geht immer nicht... Hey, meinst du, wie er... Gott, na, ähm... Weißt schon... Fenesring und so suchen? Das ist ein Ring für... Du weißt schon. Dein bestes Stück. Nein, nein! Nimm ihn halt! Nimm ihn doch! So, nehme ihn doch in den Arm. Und schmeiß den jemand hier runter. Bitte. Und tschüss. Entschuldigung. Da unten ist viel bequemer zum Schlafen. Das... Äh... Ich war grad da, ich hab's grad ausgetestet, dass, äh... Doch, doch, das ist wesentlich wie... Oh, was haben wir denn hier? Durchsuchungsprozedur. Okay. Abschließend Leiche und Kleidung in den Ofen werfen und zum nächsten übergehen. Achtung. Jeder wird am Ende seiner Schicht durchsucht. Diebe werden am Hals aufgehängt, bis sie tot sind. Okay. Alles klar. Alles klar. Klare Aussage. Klare, festgelegte Regeln. Na gut. So, der Kollege hier, der macht mir ein bisschen... Der macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen, weil der steht direkt hier am Ofen. Und, äh... Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht... Da sind zwei Kollegen im Ofen. Oh Gott. Da liegt was. Da liegt etwas. Da liegt etwas. Gibt's hier oben noch was? Okay, wir haben hier auf jeden Fall... Okay. Alles klar. Licht an. Licht aus. Ach, das ist nicht alles. Warum kann ich das nicht nehmen? Das war knapp. Weil ich in meinem... Ja, gar... Also... Was denn? Okay, das ist... Okay. Vielleicht müssen wir sie gar nicht ausschalten. Zumindest... Zumindest nicht alle drei. Vielleicht nicht mal... Nicht mal einen. Okay. Halte eh. Oh, schöner Rahmen. Okay. Da drin liegt also der Ring. Dieser Stadt ist nicht nur das trockene Strafel. Keiner hat uns gesehen. Neue Karte. F1. Okay. Alles klar. Ähm... Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob wir hier jetzt alles mitgenommen haben, was wir mitnehmen können. Ich guck mal... Ich guck nochmal nach, ob irgendwo was glitzert oder blinkt. Ich will ja nichts liegen lassen. Da drüben war auch noch eine Tür. Ich weiß es nicht. Und jetzt nochmal zurückgehen. Wahrscheinlich lande ich dann sowieso bloß wieder im selben Fleck. Ich glaube, das ist bloß eine... Das wäre, glaube ich, bloß der direkte Weg gewesen. Wir sind ja nach unten gegangen. Ich glaube, das war der direkte Weg. Ich gehe mal hier lang. Ich höre doch den General. Mon General. Ich höre dich. Sind wir jetzt in seinem Gemächer? Oh. Das gefällt mir gar nicht. Ich... Wenn ich das jetzt mache, platze ich ins Ungewisse. Ich speichere mal. Vor allem, weil hier Licht ist. Und ich kann es nicht aussehen. Ist das ein Geldschrank? Sicher noch eine Errungenschaft ist bei uns. Ich kriege ihn trotzdem auf. Was für... Was denn? Wo denn? Ach, der hier. Ah. Oh. Schieberätsel. Okay. W, S, wechseln. A, D, drehen. Schaut mir ziemlich danach aus, als wären es die Symbole. Ah, ja. Als wäre es das Symbol... ...dieser... ...dieser Halunken. Halt. Nein, nein. Nein. So. Das war einfach. Adelige nutzen jede Gelegenheit, ihr Wappen zu bewundern. Oh. Oh la la. Der hat aber viel Zeug drin. Und der Ring. Lecker. Frisch aus dem Magen. Cornelius. Oh nein. Oh nein. Öffnet die verdammte Tür. Brecht sie auf, wenn es einmaus. Die. Ähm. Ich hab den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Ja, 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 ja. Hallo? Na? Jetzt komm schon. Komm schon. Was ist denn? Oh, was ist denn jetzt los? Das wird den Schlösser knacken. Das haben wir auch schon mal besser hingekriegt. Aber wir sind noch nicht in Eile. Wir sind überhaupt nicht in Hektik. Lass dir ruhig Zeit, Gerrit. Lass dir ruhig Zeit. Lass dir ruhig Zeit. Wunderbar. So, mach die Türe auf. Ach du Scheiße, wir sind im Hof. Wir sind im Hof. Das heißt, das ist unser Fluchtweg. Verdammte Axt. Und hier ist Licht. Ich mag kein Licht. Und. Ich kann dir schwören, ich hab den Generalbehörden. Der erste. Wollen wir besser verstehen. Ich will hier rein. Du schuldest mir was, Meintre. Äh, ne? Mir tut der Rücken weh. Niemand hat den Arm, ihr Ebenen. Ich bin nicht zu. Halt! Halt! Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Au! Au! Okay. Gut. Das war definitiv keine gute Idee. Ja. Wir versuchen es ändern. Öffnet die verdammte Tür! Brecht sie auf, wenn es einmaus! Die! Das haben wir doch schon gemacht. Ich hab den Ring und einen neuen besten Freund. Okay, entkommen aus der Gießerei. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Alles klar. Schloss knacken. Wir versuchen es diesmal nochmal. Und diesmal ein bisschen ruhiger. Wir haben ja Zeit. Ich hab das schon viel besser aus. Ohne irgendeinen Fehlschlag. So muss das gehen. So, das Problem ist bloß, diese blöden Wachen da vorne, die nerven mich ein bisschen, weil... Was bricht denn da? Ich krieg dich tief! Du schaffst du was! Oh, was? Nein! Nein! Warum schlägt niemand einen Arm, ihr elendend, schwachköpfe? Verfluchte Idioten! Ah! Warum hab ich das denn gemacht jetzt? Ah! Na? Wieso nicht? Wieso will er nicht? Der will nicht. Der will nicht speichern. Es ist nur eine Frage der Zeit, Dieb! Geh von außen. Wir kriegen hier. Hä? Niemand. Der Eindringling ist weg. Ich hoffe, du hattest Spaß. Wer immer du bist. Reg dich nicht zu sehr auf. Ich finde dich und dann gehst du an den Galgen. Nein! Okay, wir lassen das. Wir lassen das. Oh Mann! Was mach ich denn jetzt? Ich halte dir den Rücken frei. So ne verdammte Kacke. Was soll ich denn hier jetzt lang? Ich hab überall nachgesehen. Da ist keiner. Du könntest recht haben. Wir sollten kein Risiko eingehen. Okay, jetzt nochmal speichern. Oh scheiße. Ich fand wirklich beobachtet. Ach, wie kostet denn da denn auf? Jetzt kann ich speichern. Ich weiß nicht, ob das so gut war, hier zu speichern. Oh Mann! Was mach ich denn jetzt? Mami! Bleib einfach wachsam. Bleib wachsam. Verdammt. Ich kann das... Warum kann ich das nicht nehmen? Verdammt! Man kann den Fluss bis hierher riechen. Ich kann es nicht nehmen! Warte Zeiten. Verdammt! Warte mal, kann ich... Ach hier! Hier! Ach mein Gott! Ach! Oh! Oh! Das tut mir aber leid. Das ist natürlich kacke. Wieso bin ich hier im Licht? Das Problem ist, ich kann hier auch nirgendwo hoch. Ach du Kacke. Ich werde krank. Das spüre ich. Pfff. Das war knapp. Der dreht gleich wieder um oder was? Dreht der direkt wieder um? Haaaah. Das verdammte Licht da oben kann ich nicht ausmachen. Das nervt mich ein bisschen. Überall rappen. Das ist wach. Oh fuck. Gott, der mag hier. Jetzt lass mich doch einfach hier hin. Ich will doch nur hier hin. Bitte. Ich sehe doch den Ausgang schon. Nun. Vielen Dank.